und hiermit herzlich willkommen zurück bei paper mario die legende vom millionentor wir sind in der nächsten nebenquest mit diesem aktenkopf herausfinden und als nächstes müssen wir zurück nach rohrlingen für die dritte ziffer und zwar in alpones büro aber ich sagen da wir eh gleich bei den röhren sind würde ich jetzt erstmal die vierte ziffer raussuchen beim haus von billion t und da war ja auch mit info dass außen die stühle auch noch gezählt drin ist mit dir wollte ich eigentlich nicht kämpfen aber ok ich mach mal erdbeben und dann hol ich mal joshi raus mit dem saugnutz für einen erfahrungsraum lohnt sich total hart nicht wie gesagt ich mag es so nach haupten quest in jedem quest zu machen es gibt bisschen abwechseln und dann würde ich auch mal sagen gehen wir hier hoch genau zu meiner röhre Einer reist, laufe ich glaube ich gerade in die falsche Richtung, kann es sein. Das glaube ich nämlich zum Bauern, ne? Juchu. Oh, das war knapp. Hat welche Tasse gedrückt. Hier war die Röhre. So, Notizen, ich öffne meine Notizen-App jetzt mal am Handy, damit das nicht geleckt. Ich weiß nicht, ob das geleckt hat, hab ich mir die letzte Folge nicht angeguckt. So, Paliantein. Hier ist ein Paliantein. Hier ist ein Paliantein. Bist du das aus dem Paliantein? Ne, ich glaube nicht, weil sie ist ja auch Außenstühle. Bist du das aus dem Paliantein? Nein, bist du nicht. Oder? Ach doch, das ist Paliante bei dem... Stimmt. Eins... Oh, ich weiß nicht, eins, zwei, drei, vier... Ich mach jetzt einfach mal so. Entweder zwei, drei, vier oder fünf. Zwei, drei, vier oder fünf. Zwei, drei... Nein, ich bin dann drei, vier, fünf... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Oka dazu zählt. Und jetzt... Die Ziffern Alpones Büro. Und jetzt... Ja, komm schon, Mario... Mario... Geh einfach in die Röhre rein. Wollte nicht in die Röhre. Wollte, nur guckle ich einfach den Kot, wer das nicht richtig ist. Also ich hab schon mehrere Versuche. Wolling im Westland. Eins, zwei... Okay, zwei... Bezweif, dass es viermal die zwei ist. Mal kurz... Gibt es hier noch was? Nope. Professor Gumbart sollte inzwischen was herausgefunden haben. Lass uns bei ihm vorbeischauen. Mir scheint noch irgendwas zu sein. Weiter in die Richtung. Okay. Schön, dass wir sie dabei haben. Gibt es auch wieder so eine Statistik, wo man sehen kann, wie viel von wie vielen Sternspieler man gefunden hat. Okay, ein paar noch können wir wieder aufwerten. Okay, ein paar noch können wir wieder aufwerten. Zunächst die erste Ziffer. Zunächst die erste Ziffer. Wie viele Stühle gibt es in Korpios Haus? Im Blütenweiler. Zwei. Und jetzt die zweite Ziffer. Wie viele Stühle gibt es in Aronas Haus im Wunderland? Okay, sechs kann es schon mal nicht sein mehr. Zwei. Und jetzt die dritte Ziffer. Wie viele Stühle gibt es in Aronas Boro? Zwei. Fünf. Oh, sie geht auf. Vielen Dank. Ich werde nicht gefeuert. Vielleicht werde ich sogar befördert. Warte einen Moment. Ich hätte eine Bitte. Hm, was ist? Zu schade. Aus dem neuen Projekt unserer Firma, der hat Feuersoße und diesen Hot Dogs. Hätte man Feuerwürstchen machen können. Das wäre bestimmt der Renner. Was? Ich soll nicht so schnell aufgeben? Hm, vielleicht hast du recht. Genau, ich gebe nicht auf. Ich werde ihn überreden. Also gut, ich werde so lange hierbleiben, bis er einwilligt. Und vielen Dank, Nombrez. Hier ist deine Belohnung. Oh, du kannst keine Items mehr tragen. Ich hebe deine Belohnung für dich auf. Du kannst sie jederzeit abholen. Die Feuersoße. Ich habe jede Menge davon. Komm vorbei, wenn du magst. Also bis dann. Läht auf. Komm, anstelle von Eislauch. Wir sind auch hier eh noch ein Itemladen, ne? Und dann würde ich mal ein paar Sachen kurz einlagern. Ich kann nicht mehr lagern. Mein Lager ist komplett aufgebraucht. Komm, dann einmal. Komm, das verwende ich ja kaum. Ich habe die Eislauchern gebraucht. Ich denke mal nicht, dass ich die noch brauchen werde. Was ist das denn? Vielleicht gegnerische Ankräfte öfters daneben gehen. Okay. Tarnkappe. Sieht eher aus wie eine rote Fahne. Right Flick. Okay, ich muss sießen. Entschuldigung. Ich denke, ich würde nicht daran denken, das rauszukommen. Jetzt verstehe ich auch, warum die Mission jetzt erstmal geschüttet worden ist. Weil ich dachte, hä? Wenn man überall hin muss, dann macht das natürlich Sinn, dass wir erst die Mission jetzt kriegen. Wegen Brilliant Taste House. Aber ich werde echt verwirrt so. Hä? Wie fällt mir an? Da war das schon. Ich glaube, ich gehe jetzt mal kurz aufwerten, wenn wir eh schon hier sind. Ähm. Herdentrieb. Greif dir alle Gegner zugleich an. Okay. Eddie Burr, du bist klasse. Rangus Aufus. Aufus. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Ich habe nicht mehr genug. Entschuldigung, ich wollte deinen Stein nicht. Kaputt machen. Diese Gegend scheint es nicht mehr zu geben. Angeblich ist hier noch ein Schatz. Ganz in mir. Guck. 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 Das war nicht verwirrt, dass auf jeden Fall noch was sein. Okay, jetzt. Oh, haben wir das Gebiet auch gut. Abbeklackert würde ich mal sagen. Das müsst ihr auch sagen. Hier ist nichts mehr, oder? Gut. Ah, schön, wenn man alles abgeklackert hat. So, Suchauftrag, Romanzo. Dies ist ein Suchauftrag. Der gesuchte Gegenstand ist sehr heikel. Ich erkläre dir das unter vier Augen. Du findest mich im Rohlinger Viertel Westend. Wenn du mir helfen kannst, gebe ich dir zum Dank eine Mitgliedskarte für die Spielhalle. Du möchtest also den Auftrag von Roman zu übernehmen? Hebel. Also dann gib dir Mühe. Bin ich mal gespannt. Wer mir suchen soll. Hallo, schön und tschüss. Romanz und ich werden die Familie zum Ruhm und Reichtum führen. Und auch die neue Familie. Oh, was sag ich da? Großer Ehring. Ich bin so froh, dass ein diskreter Mensch wie du meinen Auftrag übernommen hat. Nachdem wir von der Inst zurückgekehrt sind, habe ich meinen Ehring verloren. Ich tue auch noch. Pamina darf auf keinen Fall davon erfahren. Such also bitte unauffällig danach. Ich habe ihn erst nach unserer Rückkehr verloren. Er ist also sicher hier in der Stadt. Wenn Pamina davon erfährt, muss ich ihm wieder hundertmal sagen, dass ich sie liebe. Sei also bitte sehr umsichtig bei deiner Suche. Hier scheint schon mal nichts zu geben. Gehen wir erst mal hier nach unten. Irgendwo muss der Binger sein. Oh, du bist wieder da. Hallo Mario, ich bin das Pinky. Du erinnerst dich doch, oder? Ich war in der Staubtrockner Wüste, um nach Öl zu suchen. Ich 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 habe es geschafft. Ich bin auf Öl gestoßen. Ich bin fast verzweifelt in den unendlichen Staub, aber ich habe meinen Traum nicht aufgegeben und plötzlich hatte ich es geschafft. Und nur weil du mich weil du an mich geglaubt hast, Mario, vielen Dank. Hier ist dein Geld zurück und eine Prämie als Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitteschön, hier sind 999 Münzen. Investitionen. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich bin gespannt auf deine künftigen Abenteuer. Gib deinen Traum niemals auf, Mario. Ich glaube fest daran, dass auch dein Traum sich eines Tages erfüllen wird. Ach ja, also, äh, ich habe während meiner Reise ein Tagebuch geführt. Würdest du es lesen? Ja, nur vorabend der Abreise. Morgen breche ich auf, mein Rucksack ist mir ausreichend Proviant gefüllt. Dank zahlreicher Geldgeber sind nun alle Vorbereitungen abgeschlossen. Auf einen Schlagreich, das war immer mein Traum. Es gibt einen konkreten Grund dafür, dass ich unbedingt Öl finden möchte. Und zwar den Gedanken an meine Heimat. In meiner Heimat ist es Unheimlichkeit und alle Leute müssen ständig frieren. Wenn ich Öl finde, schicke ich es ihnen und sie können es sich ein warmes Zuhause schaffen. Alle würden glücklich sein, wenn ich nur Öl finde. Seit ich ein kleiner Junge war, denke ich an nichts anderes. Natürlich möchte ich auch reich werden. Der Armut entfliehen. Reich, reich, auf einen Schlag. Doch nun sollt ihr schlafen. Das mag mich wirklich verlegen, aber möchtest du vielleicht noch mehr lesen? Vielleicht das nächste Mal. Na dann, schau mal wieder vorbei. Ich bin hier am Planen, mein nächstes Projekt. Ich muss nämlich einen E-Ring suchen. Wo es hier nichts zu geben scheint. Die Sache ist ja nur so. Stiegt sie bei dem Ring an? Das ist wahrscheinlich, dass der Ring irgendwo im Unterkonten. Ich lasse mal die Truhe. Auf der Suche nach dem Ring. Also es muss irgendwo da sein, wo wir vorher nicht hinkommen. Andererseits ist es unabgiebig bei dir auch gerade erst, wenn wir zurück sind. Also, ich kann verstehen, dass die Christen erst jetzt verfügbar ist. Das ist aber auch nichts. Ja, schön, dass was zu geben. Weiß ich, aber keine Ring. Da. 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 Aber ich muss sagen, was ich jetzt hier steht. So, dann kann ich jetzt auch die zweite Teil des Tagebuches lesen, oder wir lesen direkt alles. Komm, wir lesen direkt alles. Wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit. Ach, Mario, sei gegrüßt. Kannst du dazu meinen Tagebuch oder wir machen jetzt bis Teil 3 und in der nächsten Folge die letzten vier. Bousa, der Albtraum. Wie konnte es nur so weit kommen? Nach Ankunft des Schiffs in Thorntown fuhr ich mit dem Zug zum Klippenberg. Von dort ging ich weiter durch Richtung staubtrockene Wüste. Frischem Mutes schritt ich den Bergpfad voran, als mich plötzlich ein Unglück traf. Ein riesiger Geier tauchte auf. Als ich ihn sah, fiel es mir wieder ein. Ich hatte gehört, dass ein Geier namens Bousa hier lebt und Reisender angreift. Ich wollte fliehen, aber Bousa hatte mich bereits erspäht. Als seine spitzen Krallen meinen Rücken trafen, spürte ich einen furchtbareren Schmerz. Es gelang mir, mich in eine Feldspalte zu flüchten. Bousa gab auf und flog davon. Als ich erleichtert aufatmete, spürte ich die Wunde am Rücken und griff dorthin. Mein Rucksack war weg. Proviant, Ausrüstung und das ganze Geld. Alles war dahin und Bousa hatte diesen Rucksack gestohlen. Mir blieb nur dieses Tagebuch, eine Schaufel und nach Öl zu graben und mein Leben. Doch überhaupt zu leben, grenzte einem Wunder. Das Glück bei mir noch heult. So konnte ich unmöglich umkehren. Ich stieg daher dem Berg hinab Richtung Lüste. Da lag sie nun, direkt vor mir. Ich musste voller Energie und Vorfreude sein. Aber die Unsicherheit lastet wie ein Felsen auf mir. Hm, willst du noch mehr lesen? Ein Grund zu helfen Ich habe es bis zum staubtrockenen Vorposten geschafft. Als mich mitten in der Wüste meine Kräfte verließen, kam mir ein Cooper mit einem prächtigen Bart, Colorado, nein, zur Hilfe. Er ist Archäologe und bereist die ganze Welt. Ich erzählte ihm von meinem Abenteuer mit Bousa und von meinem großen Traum, eines Tages Öl zu finden. Daraufhin gab er mir zu essen und zu trinken. Als ich nach dem Grund seiner Güte fragte, blickte er in die Ferne und sprach. Nur wer die Lebensträume anderer achtet und unterstützt, wird die Kraft aufbringen, seinen eigenen Traum nie aus den Augen zu verlieren. Und ich, ich glaube an alle Träume dieser Welt. Auch er verfolgte einen ewigen Traum, den der Archäologie. So haben wir uns also einen ganzen Abend lang von unseren Träumen berichtet. Es macht mir wirklich sehr verlegen, aber möchtest du vielleicht noch mehr lesen? Bis später vielleicht. Ich gebe jetzt erstmal den Ring ab. Dann würde ich die nächste Quest schon mal aufnehmen. Dann ist die Folge auch so gut wie vorbei. Wir haben nämlich schon gleich 25 Minuten. Hast du ihn gefunden? Mein Ring, danke Mario, herzlichen Dank. Hier ist deine Belohnung, bitteschön. Eine Mitgliedskarte für die Spielhalle, gültig für Ron Rayleigh. In letzter Zeit konnte ich Palmyna gar nicht mehr in die Augen schauen. Aber jetzt, ich muss sie unbedingt sehen. Du entschuldigst mich bitte? Palmyna! Gut, dann würde ich mal sagen, nach meiner nächsten Folge gibt es fehlende zwei Quest. Dann lesen wir noch die Geschichte durch und dann geht es weiter mit der Hauptstory. Und was ist unsere nächste Aufgabe? Zutaten gesucht. Koch. Ich brauche dringend einige Zutaten für meine Gerichte. Und zwar die folgenden drei. Goldblatt, Bubu-Ei und Mango. Du findest mich im Glimmerliner. Du möchtest also den Auftrag des Kochs übernehmen? Eben. Also dann gib dir Mühe. Kann ich das auch hier so nachlesen? Notizen. Bubu-Ei, Mango, Goldblatt. Okay, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionen-Tor. Bis dahin. Tüdeldu.